Wenn ich von der Schule heimkam, da war deine Stimme. Ja, das war so. Ich war für viele Wohnzimmertapete. Wir spielen TV-Hits von morgen mit Werner Schulze-Erdel. Tittenvergrößerung morgens um 9.15 Uhr. Kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Mit Lachen morgens um 9.15 Uhr schon. Mein heutiger Gast ist Werner Schulze-Erdel. Hallo Nico, hallo. Soll ich sagen? Ja. Oder willst du? Nee, du. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen sie ein schwarz-gelbes Insekt. Top Antwort? Äh, Giraffe. Richtig. Werner Schulze-Erdel ist da. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Gut, aber ich bin natürlich überrascht. Ich freue mich ja, dass ich hier bin. Ich habe ja geplant. Und ich freue mich, dass wir den Plan einhalten konnten. Werner, ich kenne die Leute natürlich noch, aber bevor wir gleich über früher reden, lass uns mal in der Gegenwart bleiben. Wie sieht dein Leben zurzeit aus? Was machst du so? Wenn viele meinen, ich werde jetzt Frührentner oder lasse körperlich und geistig nach. Nee, keine Sorge. Ich habe noch einen Plan, glaube ich, noch bis September nächsten Jahres mit Termin. Wahnsinn. Obwohl ich tatsächlich schon Rente bekomme. Kann man nicht vollleben. Ich gehöre auch zu denen. Muss aber nicht arbeiten, weil ich ja mich dumm und dämlich verdient habe, wenn du über 5.700 Fernsehsendungen gemacht hast. Zu einer Zeit, als man auch Geld verdienen konnte beim Fernsehen. Heute ist ja weniger. Heute muss man, naja, kriegt man ja ein Taschengeld dafür. Und nee, das habe ich alles gut angelegt, weil ich ein bisschen clever war. Aber, und war auch nur einmal verheiratet. Oder bin nur einmal verheiratet. Auch eine Branchenseltenheit, ne? Ja, deswegen haben die alle vom Impfen verloren. Ich kenne nur welche, die muss sich dann nochmal recyceln lassen und arbeiten nochmal im Dschungel, ne? Aber da kann ich dann selbst vor hohen sechsstelligen Summen sagen, ihr könnt nicht mal, ne? Bei anderen Kollegen aus der Zeit ist es nicht so gut mit der Auftragslage, habe ich den Eindruck, ne? Ja, gut, ich mache ja nicht mehr direkt Fernsehen. Also ich mache schon Fernsehen, indem ich produziere, indem ich coache. Ich coache ja sehr viele junge Moderatoren. Und das macht Spaß, weil ich denke, ich war ein schlechter Schüler. Und deswegen bin ich auch ein schlechter, äh, deswegen bin ich ein guter Lehrer. Und was genau bringst du den neuen Talenten bei? Gibt es so eine gewisse Schulze-Erdel-Formel, oder? Nee, eigentlich was ganz Einfaches, nichts Neues. Du bist einmalig. Versuch keine Kopie von jemand anderem zu sein. Das klingt jetzt so auswendig gesagt. Nein, das ist das Ernsthafteste, was ich meine. Viele der heutigen jungen Leute, die Moderatoren werden wollen, die sind also fast alle überqualifiziert. Die haben mehrere Studiengänge, ich weiß gar nicht, aber nach ihnen sind die so verkrampft. Die suchen, kopieren immer alles. Und das ist schlecht. Und ich bin da eigentlich mehr Mutmacher. Das macht Fehler, damit die Leute was zu lachen haben. Absolut. Ganz große Leute haben Bambi bekommen oder goldene Kamera, wie Jauch und Reif, weil sie über einen Fehler berichten durften, weil Tor war zusammengebracht. Ja, groß. Und solche Sachen, die müssen dich als Menschen entdecken. Grundvoraussetzung ist, dass du was weißt, dass du was kannst. Das ist eine Grundvoraussetzung. Also deine Transportwege, so beschreibe ich das, die sind wichtig. Die kann ich verbessern. Die zu dir passen. Macht nichts anderes. Ja, und die hören dann auf mich. Okay, MeToo-Debatte würde ich wahrscheinlich irgendwann mal angegriffen werden, weil ich gehöre noch zu den altmodischen Leuten, ich nehme mich noch in den Arm und so, weil da kommen auch Tränen und so, wenn sie merken, dass sie das nicht so locker können. Aber das kann jeder, weil die sind alle, ich bewundere dich, die jungen Leute, wie clever die sind, wie gut ausgebildet die sind. War ich nicht. Du wirst doch Schauspieler gewesen. Das ist wie eine andere Art Ausbildung, da wollte ich ja noch die Welt verinnern. Da war ich ja noch auf der Straße, da bin ich noch durch Kreuzberg von den Polizisten verfolgt worden und so, oder in Essen. Und im Springer Verlag, da hatte ich, glaube ich, Bannmeile. Aber das waren andere Zeiten. Und dann wurde man ja unterhaltungsfuzi irgendwann, weil ich ein Gipsbein hatte und konnte nicht Theater spielen. Und ja, da bin ich unterhaltungsfuzi geworden durch Zufall. Gott sei Dank. Ja. Ja, ich weiß noch, also wenn ich von der Schule heimkam, da war deine Stimme. Ja, das war so. Ich war für viele im Wohnzimmertapete. Ich möchte nicht wissen, was passiert ist. Ich habe natürlich jetzt auch viele, viele Promis kennengelernt und selbst Ministerpräsidenten und Minister, die dann plötzlich sagen, ah, der Werner, mit dir habe ich meine Doktorarbeit gemacht oder mit dir war ich schwanger. Oder das Gemeinste, das Lustigste, da war mal ein Boxgamp von RTL, da machte ich aber schon ein Familienduell nach tausendmal ruckzuck. Und wir gingen da so, Frau Kludewig mit zum Team und ich ging neben Udo Jürgens, mit dem ich vorher zusammen gedreht habe, ich war aus am Wörthersee und wir sind Freunde geworden und unterhielten und so, Kamera alles live. Auf einmal schreit einer, der Werner, hey, ich stehe hier jeden Tag in meiner Zelle. Da war das Ebitus, der Boxpromoter, der noch mal im Knast saß, weil der Papa Graf da, glaube ich, eine Tüte mit Geld abgeluchst hatte. Und ja, da sind so viele, die sagen, ich bin tatsächlich, das finde ich tatsächlich richtig schön auch, mich kennen viele und ich bin Gott sei Dank bei denen positiv besetzt. Also das ist schon ganz schön. Absolut, vor allem deine Stimme auch. Dabei war ich doch, bin ich doch völlig. Heute bist du ein bisschen erkält, aber die ist Wahnsinn, ja. Also schon, wenn du reinkamst, du hast ja, wenn wir überlegen, wir bleiben mal bei Familienduell kurz, Riesenbühne, viel Publikum und du kommst raus, das war ja eine schöne, super Totale, du in der Größe und dann aber mit einer ganz ruhigen Stimme. Ja, ich hatte schon Spaß. Manchmal bin ich auch rausgelaufen gekommen bei Ruckzuck oder so, aber ich wusste ja hinter den Kulissen schon, wie nervös die waren. Die hatten ja Angst, sich zu blamieren. Und ich habe auch nie Leute vorgeführt. Der Raab hat leider mal jemanden, der den schönen Namen oder die den schönen Namen hatte, Loch ein bisschen vorgeführt, fand ich nicht fair. Bei mir war ein Punker in der Sendung, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe es gemerkt, aber ich habe es nicht weitergetragen. Das sehen die Leute selber. Man muss ja nicht alles, wie sagt man, kommentieren. Aber ich gehörte auch noch zu den Patschern, sage ich mal. So hat mir ein Journalist böse vorgeworfen. Aber alle Kandidaten haben gesagt, bitte mach es weiter, das beruhigt mich so. Ich wollte mich, ich hatte 25.000 Kandidaten, davon die Hälfte, naja, zwei Drittel Frauen. Wir haben nichts mit denen gehabt. Aber die tatschen nur, die schreien, bleib ganz ruhig und so weiter. Und ich habe es nicht vorgeführt und das ist eine Art, die ich auch nicht mag im Fernsehen. Im Augenblick dieses fiktive Reality-Scheiß-Zeug, man muss es so deutlich sagen, wo Menschen vorgeführt werden. Und ich war einmal nur drei Tage in so einem Krankenhaus und guckte mir das an morgen. Entschuldigung, jetzt muss ich etwas Brutales sagen, das ist das Jugendfreie. Tittenvergrößerung morgens um 9.15 Uhr. Kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Mit Lachen morgens um 9.15 Uhr schon. Aber das ist so. Und diese Leute, die sich da hinstellen und sich da entblößen, also nicht nur wegen der Titten, sondern auch wegen ihrer Gedanken und so weiter, die wissen gar nicht, was sie sich antun. Die kommen wieder zurück in ihren Dorf und sind verstigmatisiert als Deppen. Und wenn das Leute, die provozieren wollen, beziehungsweise Geld verdienen wollen, weil sie am Arsch sind, im Dschungel machen, dann ist das deren Problem, da muss man kein Mitleid mithaben. Aber selbst die verhalten sich ja völlig unwürdig. Also ich könnte ja nicht mehr in den Spiegel gucken, also das wäre für mich das Allerschlimmste am Fernsehen. Also dich werden wir nicht im Dschungelkämen sehen? Nee, eigentlich mal beim Zug gucken. Also letztes Mal habe ich das erste Mal geschafft, ich gucke ja immer dann heimlich oder so irgendwie, weil nicht, dass meine Frau denkt, er hat einen Vogel, aber letztes Mal habe ich es wirklich geschafft, nur im Finale fünf Minuten zu sehen. Ich habe nichts mitbekommen, weil mich hat es ja auch nicht interessiert. Ich bin ja mit solchen privaten Leuten auch nicht zusammen. Ich bin hier mit jungen Leuten zusammen, die die Welt noch verändern wollen und die toll anfangen. Und das macht mir Spaß, das ist eine Herausforderung. Aber mit diesen Deppen, na, habe ich nichts mit zu tun. Wir spielen TV-Hits von morgen mit Werner Schulze-Erle. Werner, ich sage dir gleich, ein Moderator, eine Uhrzeit und ein Sender und du pitchst mir eine kleine Sendung dazu. Okay. Bist du bereit? Ja. Also, der erste Moderator ist Werner Schulze-Erle, die Uhrzeit ist 23.15 Uhr und der Sender ist Vox. Möchtest du so überlegen oder soll ich dir noch einen Titel geben? Ja, mach mal einen Titel noch. Werners wilde Stunde. Ja, wäre toll. Ich brauche nur zurückschauen, weil wir sehen ja nur so brav aus. Wir waren ja viel wilder früher. Aber wir mussten noch Angst haben in Sachen Liebe. Wir mussten für alles Angst haben. Wir hatten noch kein Handy. Wir konnten nichts fotografieren. Also, Werners wilde Stunde. Worum würde es da gehen? Ich würde zärtlich zurückblicken und ich würde gucken mal, ich werde neugierig, was ist aus diesen Leuten geworden? Ich war nämlich mal ein Gast in einer Sendung, das hieß First Love und die haben Kontakt gemacht zu meiner damaligen ersten Liebe. Und das war schon eine Überraschung. Die ist Chefin der weiblichen Kriminalpolizei in Duisburg und kennt sie Montserrat Caballet? Die ist so... So verändert sich das, was in der Vergangenheit war. Okay, also Werners wilde Stunde wäre ein Best-of deiner ehemaligen, ja? Ja, 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 ja. Sehr gut. Zweites. Moderatorin Vera Entwehen. Uhrzeit 20.15 Uhr. Sender Tele 5. Willst du so oder willst du einen Titel? Ja, lieber einen Titel. Das Rennen mit Vera. Ja, das kann ja nicht schnell sein. Die kann ja nicht so schnell. Aber Vera ist eine Pfiffige, die ist klasse. Boah, was sind das für tolle Titel. Und dann bei Tele 5, da kann sie machen, was sie will. Da kann sie endlich mal unter die Gürtellinie gehen. Das wollen die ja. Oder schräg. Das ist so ähnlich wie die schlechtesten Filme. Ja, also Vera wird es schon machen. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird. Vielleicht ist Vera wird es schon machen, auch der bessere Titel. Finde ich klasse. Ja, finde ich auch. Weil die macht es wirklich. Okay. Möchtest du mir einen vorgeben, dass ich mal ein bisschen denken muss? Also es geht um die Uhrzeit, um den Moderator und den Sender. Okay, ich würde... Ah, nee, ich würde sage ich ja gar nicht. Ich mache es einfach. Ich bin der Programmschef. Ich würde dich nehmen, um... Gute Zeit ist ARD 18.50 Uhr. Das ist eine sehr gute Zeit. Also da würde ich dich nehmen. Ich würde etwas Pfiffiges machen, weil du hast pfiffige Augen. Das muss eine Mischung sein aus Action und Talk. Würde dich gar nicht groß verändern. Einfach machen. Und Titel? Auf Zack mit Nico. Na, ist es ja ähnlich. Du kannst das. Du musst das machen. Fertig. Ich glaube, du hast die besseren Kontakte zur ARD. Nee. Obwohl viele meiner Schüler sind ja Gehaltungschefs, Programmdirektor. Siehst du? Chefredakteur. Ich bin ja schon alt. Ich kenne mich schon einige. Du hast meine Nummer. Jetzt liegt alles in deiner Hand. Ja. Welches Format würdest du für dich gerne haben? Jetzt noch. Jetzt noch. Oder bist du satt? Satt ist man nie. Ach, Stengel. Welches Format? Das sind gute Fragen heute. Wo hast du die eigentlich alle her? Ja, ich würde auch so etwas machen. Das macht mir Spaß. Was du machst. Also das ist richtig. Ich würde ein informatives Programm machen. Ich hatte damals ein großes Vorbild. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Alfred Biolek. Na klar. Und er hatte wahnsinns, wie sagt man, Sets gehabt. Im Bios Parnoff und so weiter. Und er machte Unterhaltungssendungen, wo Opern drin war, wo Jazz drin war, wo alles drin war. Und dieser Quantensprung, das war mitten im Leben. In der DDR würde man sagen, wie heißt das nochmal, Kessel Buntes. Ja. Ja, aber das ist Fernsehen. Kessel Buntes und dann mit guten Gesprächen. Kann manchen auch um 23 Uhr sein. Ich habe einen Neffen, der guckt überhaupt gar nicht mehr nach der Uhrzeit Fernsehen. Der guckt sich das ja eh in der Militärthek an. Oder die Highlights bei Familienről auf YouTube. Ja, das gucken die sowieso. Deswegen wundere ich manchmal, wenn ich, ich fahre auch U-Bahn, nicht, weil ich es mir leisten muss oder so. Weil es praktisch ist in München. Und dann kichern die manchmal so. Und dann sehe ich sie, dann sehen die mich auf YouTube. Angeblich habe ich mich kaum verändert, aber naja, gut. Du wurdest angefragt, ob du die Neuauflage des Familienduells moderieren würdest, oder? Nein, weil es von vornherein klar war, ich hatte mich häufig dazu geäußert, ich kann das nicht machen, was für mich vor 20 Jahren gültig war, warum sie das heute noch machen. Finde ich übrigens gut. Außerdem, was soll's? Ich meine, das war ohne Zuschauer, das war Plastic City. Das war ein billiges, herbeigezaubertes Bühnenbild. Das Geld war reduziert. Die Spannung war weg, wird von der ferngelenkten Unterhose moderiert. Wie soll das was werden? Geht nicht. Und alle haben gesagt, warum macht ihr das nicht mit Werner Schulze-Erdl? Mag sein, aber das war klar, vor zehn Jahren, als das mal auf der sogenannten Meta-Ebene gehoben wurde durch den großen Comedian Oliver Pocher, das war natürlich totale Scheiße, aber da wurde ich mal angefragt, überhaupt mitzuwirken, das habe ich dann auch verweidert, weil dann würde ich ja im Nachhinein alles in Frage stellen, was ich gemacht habe. Ich habe nur eine kleine, liebenswerte Familienunterhaltungssendung gemacht und muss jetzt nicht durch Oliver Pocher das denunzieren lassen. Und Gott sei Dank, ich habe es geahnt, ich habe davor gewarnt, kein Erfolg. Ich habe davor gewarnt, jetzt, diese ganzen recycelten Geschichten, sie laufen ja nicht mehr. Wenn es zum Tauernste mal wiederholt, die Bühnenbilder von Familienunterhalt sind schon nach Luxemburg verkauft worden, die machen das. Dort war ich da, die haben mich gefragt, kannst du uns mal helfen? Da habe ich so ein bisschen mit dem jungen Mann gearbeitet, das ist ein Riesenerfolg dort. Aber es ist so, was ist wichtig bei einer Game Show? Die Idee und die Person. Und die Person muss keinen Namen haben. Es gibt so viele tolle junge Leute, denen man nur Mut machen muss. Und du hättest was machen können. Ich merke, du liebst die Leute, du liebst das Team und da kommt was rüber. Aber dann kannst du nicht so, ach, das war ja wie vom Teleprompter ablesen. Das geht nicht. Und die Leute merken das und haben die Liebe entzogen. Alle vier. Was war das noch? Preis ist heiß. Georgs Ganzen. Ganz schrecklich. Glücksrad. Blut leer. Was war noch? Georgs Ganzen. Alles, vergiss es. Und wenn man es aber auch so produziert mit dieser nicht vorhandenen Liebe, man muss ja Empathie zu haben, dann war das klar, dass es in den Hosen gehen würde. Was habe ich damit zu tun? Dann bleibe ich lieber dabei, dass die Leute mich noch mögen. Dass ich immer nochmal ein Upgrading kriege, selbst schönste Geschichte in Auckland, Neuseeland. Auf einmal kommt da einer an. Ach, der Werner, ich habe mit dir 10.000 Euro gewonnen. Das ist ein Sweet. Wahnsinn. Ja, oder die an Warwick ging neben mir und Paul Anker. Zwei große. Plaza Athenia. Wir haben ein schönes Hotel mir geleistet in New York, am Central Park. Und die ging gerade neben mir. Auf einmal schreit er bei einer der Werner. Ja, ich war auch Kandidat. Ein fränkischer Hoteldirektor von Plaza. Habe die Lieblings-Suite von Lady Di bekommen. Einfach nur, weil ich so ein kleiner Unterhaltungswurziger war, mit zwei, wie ich finde, tollen Sendungen, das lange gemacht habe. Ruckzuck spiele ich heute noch. Absolut. Ich finde auch nicht, dass das kleine Unterhaltungswurziger waren. Als Jochen Bendel übernommen hat für dich bei Ruckzuck, war Ruckzuck für mich irgendwie durch. Jochen Bendel in allen Ehren, der hat das ganz drüber gemacht. Aber es war halt nicht, der wäre mal rausgerannt. Damals war ein genauso, ein verrückter Kerl. Und ja, trotzdem, da kann ja wenigstens was. Was danach in der Familienwelt passiert, tut mir heute noch weh. Im Prinzip, nur weil es irgendwo mein Kind war. Ja. Aber die haben das nicht, die haben das nicht gehört. Ich weiß auch nicht. Hast du damals gesehen, Kalkhoffers Mattscheibe zum Thema Familienduell? Wann denn letztes Mal? Ich war ja oft dabei. In den 90ern. Ich weiß nur noch, mein Lieblingszitat war, du hast von einem Zuschauer ein Gedicht vorgelesen und Kalkhofer hat natürlich ein eigenes dazu geschrieben. Und das endete mit, willst du verblöden, so geht das ganz schnell. Schau einfach ein paar Mal Familienduell. Ich habe ihn kennengelernt. Sehr nett. Er hat mich eingeladen. Wir wollten was zusammen machen. Projekt für den Verrückten. Man darf das doch nicht ganz ernst nehmen. Der hat sich mit dem Menzel ja auch damals ein bisschen geeinigt. Das ist sein Geschäft. Und außerdem, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen. Habe ich ihm oft auch gesagt, du machst dich selber zu klauen. Er war ja in allen Sendungen drin, als Kandidat. Ich sage, wenn du glaubst, würde ich bleiben willst, als der Sittenrichter der Shows, dann macht er nicht immer mit. Aber da kann er auch drauf sagen, ich muss das ja kennenlernen. Also Kalkhofer ist in Ordnung, wir haben nichts aneinander. Alles okay. Wie geht es weiter mit dir? Du hast gesagt, du hast die Terminpläne, der Terminplan ist voll, aber du hast ja bestimmt noch was in petto. In petto habe ich natürlich das, was ich gelernt habe. Und bin leider noch zu jung aussehend, aber der Per Günd wartet auf mich, ich muss unbedingt wieder Theater spielen. Ich hatte ja jetzt mehrere Angebote, gerade im Musicalbereich und so. Aber da hatte ich Schiss, weil da musst du dich jetzt schon in zwei, drei Jahren festlegen. Ich muss erst mal wieder fit werden, ein paar Rückenprobleme gehabt, ein bisschen mehr Sport wieder machen. Aber nein, ein Komitier hat mir mal eine Grundidee geklaut, die hieß, ich war ja Messdiener im Münster. Und wie viele andere auch, wie Gottschalk, Lippe von der Lippe, ja auch alle waren ja Messdiener. Erstaunlicherweise. Da lernt man viel für die Show. Und da hieß es, da war ich immer erstaunt, dass heute alle ins Fernsehen wollen. Die ganzen Kinder alle wollen ins Fernsehen. Wenn du was fragst, weiß ich nicht, Fernsehen. Ich sage, das ist kein Beruf, Fernsehen. Da habe ich mal gesagt, weißt du, wir wollten früher als katholische Messdiener, wir wollten alle in den Himmel. Heute wollen sie alle ins Fernsehen. Da habe ich dann gesagt, ich war schon im Fernsehen, ich will jetzt nur noch in den Himmel. Ich habe doch dieses Jahr mein Outing gehabt. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen, du bist gar nicht 66 Jahre alt. Nein, ich bin auch nicht, was die anderen dachten. Also ich habe geschrieben, ihr habt jetzt mein Outing, Pause, 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 damit sie denken, oh Gott, der auch noch. Nein. Ja, ich bin tatsächlich am zweiten Mal 70 geworden. Super. Ja, das ist natürlich schon verdammt alt. Und da stellt sich die Frage nach der Zukunft nicht so immens. Jetzt mache ich mal die naheliegenden Termine, beobachte noch ein bisschen, werde noch ein paar Ideen umsetzen. Aber ich bin auch genauso gern auf Mallorca und kümmere mich um meine zwei großen Golfturniere. Da habe ich ein großes Charity-Projekt, was ich gebaut habe mit meinem Jugendfreund unter anderem Udo Lindberg, den ich seit 53 Jahren kenne. Wahnsinn. Und wir haben ein großes Dorf gebaut in Namibia. Wir müssen uns verantwortlich fühlen, das tun wir auch mit viel Geld. Wir haben 220 Waisenkinder und wir haben auch Schüler, die von außen kommen, die ganzheitlich ausgebildet werden im Handwerk, in allen Bereichen. Weil wir eben festgestellt haben, schrecklich ist Entwicklungshilfe, wenn es an den falschen Ort geht. Versickert, versickert. Die brauchen keine Almosen. Wenn wir da irgendwas Gebrauchtes hin schicken, machen wir die Industrie kaputt dort. Wir müssen denen Zugang geben, die Chance geben, an Bildung zu kommen. Gebrauchte Computer, die sammle ich gerne mal ein. Aber wir müssen die ausbilden, weil die wollen gar nicht weg. Die wollen nicht ersaufen im Mittelmeer. Die haben ein tolles Land, Tanzania, Kikimandjau, ein traumhaftes Land. Die müssen nur verstehen, wie geht das, wie können wir uns helfen, wie können wir anbauen und dieses machen. Das ist gemachte Entwicklungshilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Und das müssen wir machen. Und das mache ich gerne. Und das kann ich hier bei uns, kann man in Deutschland mit den reichen Leuten beim Golfen, dann kann man schon Geld aus der Tasche ziehen. Und das mache ich dann auch mit meinem Freund Jan-Josef Liefers für dessen Stiftung. So ergänzen wir uns, sprechen Promis an, betteln überall. Und ja, das ist gut. Toller Zweck. Ja. Ist besser, als dass ich... Ja, aber ich sage nichts mehr. Werner, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, dass ich dich mal wieder sehe, auch im Fernsehen oder auf der Bühne. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Und ein Tipp noch. Bleib so. Bleib so. Neugierig und verbindlich, freundlich. Und mit dieser Empathie, ob man dann nur zwei oder drei oder vier Kameras hat, das ist nicht so wichtig. Bleib gut. Mach das noch weiter. Und mach mal. Ich schwöre dir, glaub mal, alten Mann. Mach mehr mit Zuschauern. Das heb dich nach oben. Das macht toll. Das war sie, die Web Talk schon mit dir, Werner. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Ich weiß, du hast schon so viel moderiert in deinem Leben und so oft in Kameras gesprochen. Aber nur hier darfst du in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera auf dieser Welt gesagt hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Boah. Mir fällt nichts ein. Das habe ich noch nie gesagt. Stimmt wirklich. Ich habe noch nie gesagt, dass mir nix halt fällt. Ich habe auch schon im Zug nachgedacht, was sage ich denn da und was sage ich da. Dann wollte ich sagen, er ist leckst du mir am Arsch, aber das habe ich schon öfter gesagt. Mir fällt nichts ein. Das ist ein Fremdwort für Werner. Musik